Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat sich erneut auf das Coronavirus testen lassen. Er habe zuletzt unter möglichen Symptomen des Coronavirus gelitten, darunter Fieber von 38 Grad, sagt Bolsonaro dem brasilianischen Programm des Nachrichtensenders CNN. Die Testergebnisse werden für heute Dienstag erwartet. Bolsonaro hat die Gefahr durch die Corona-Pandemie wiederholt kleinzureden versucht. Jetzt berichtet Bolsonaro laut CNN auch, dass er vorbeugend ein Malariamittel zum Schutz gegen das Coronavirus einnehme. Ebenso wie US-Präsident Donald Trump hat er wiederholt für dieses Medikament im Kampf gegen die Pandemie geworben. Der Einsatz dieses Mittels gegen das Coronavirus ist jedoch umstritten. Bolsonaro befindet sich derzeit in gutem Gesundheitszustand und hält sich in seiner Residenz auf, teilt das Pressebüro des Staatschefs mit. Laut Berichten brasilianischer Medien hat der Präsident aber alle seine Termine für die Woche abgesagt. Der 65-jährige Staatschef hat selber berichtet, dass im Rahmen der Untersuchungen im Krankenhaus seine Lunge geröntgt worden sei. Dabei sei nichts Auffälliges entdeckt worden, so Bolsonaro laut einem von einem seiner Anhänger aufgezeichneten Video. Bolsonaro pflegt, vor seiner Residenz mit versammelten Fans zu sprechen. Bolsonaro hat sich in den vergangenen Monaten bereits dreimal auf das Coronavirus testen lassen. Im Mai wurde er vom obersten Gericht dazu gezwungen, die Resultate dieser Tests offen zu legen. Sie waren negativ ausgefallen.